Bist du lang, Flacke? Juhu, na dann kann es ja weitergehen. Wo hast du deine Leiche, Mann? Ja, meine Leiche liegt da irgendwo da bei dem schwarzen Naas, oder? Aber ich hab was verpasst. Ja. Ähm, ich geh mal. Danke, Wallert. Ja. Äh, Lurz ist aber nicht wieder heim. Ich bin da weg. Tür auf. Wo ist denn meine Leiche? Hast du es jetzt wieder im Innenhof stehen? Ach, du Kacke, warte, ich hilf euch. Wo ist denn meine Leiche? Nee, das geht zwar nicht. Oder? Du hast es gekillt? Oh. Du hast es gekillt? Ich hab's gekillt. Durch die Tür durch. Sonst hab ich aber nichts zum abbauen. Ach, ich hab nur ein Messer hier, aber nichts zum abbauen. Wo ist denn meine Leiche? Vielleicht hat das Naas noch nie gefressen? Das ist ja noch eins. Hm, wo ist denn meine Leiche? So. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß ja nicht, wo du warst. Na, bei dem schwarzen Naashorn. Wo war das schwarze Naashorn, das ich euch helfe zu suche? Hier oben. Also wenn du vom Tor rausgehst, rechts. Da, wo ich gerade rumgeiste, hier oben. Ach, sehe ich. Leiche, 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 Leiche. Ah, ich hab mich. Was ist das? Guck mal. Also, ich hab mich aber echt gut getarnt. Ja. Moment mal. Ja. Mensch. Ja, das ist gut getarnt. Sehr gut. Wieder aus dem Dauerpack. Dauerpack. Schon da wieder. Ähm, los mal. Viel Spaß. Ich bin weg. Hm. Wieso, der tut doch nichts. Guck mal. Wir will nur spielen. Nee. Das ist kein schwarzes, weil das kommt. Das ist ein normales, ne? Ja, das. Mhm, mhm, mhm. Außerdem. So. Das ist ein normales. Das da hinten ist wieder ein schwarzes, da unten. Da hab ich irgendwo eins gesehen. Ich brauch Geldlos. Ich suche Geldlos. 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 Geldloslos. 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 Ich suche Blümchen. Ich suche Blümchen. Nein, nee, ich will dich. Ja, und der ist wieder hinter dir her, hier, dieser. Ist ja klar, nicht. Der Schulte. Ist ja klar, nicht. Der Schulte. Komm, geh woanders spielen. Na, so ein Schildkröte. Malat, du musst bis auf den Checker kosten. Was denn? Nein. Jetzt hat er beide unten oben noch zu. Ja. Lotus, Lotus. Soll ich uns das angucken? Ja, komm, du kommst weg. Jetzt hat er drei hinter sich. Lotus, Lotus, Lotus. Und zwei Pügel. War ich nicht. Jum. Lotus. Das ist noch nicht in Ordnung. Nee. Ich mach grad nicht hin. Ich mach grad nicht hin. Ich mach grad nicht hin. Mach dir mein Gefolgetod? Was denn? Hyäne. Oh Mann, jetzt kann ich nicht mehr rennen. Ich bin hin schliessen gehangen. Blödes Ding. Ja. Kann ich, wenn ich nicht wirklich reinkomme? Habe ich das Talent. Beim Springen. Hat grad witzig ausgesehen. Dudus. Nashorn. Ja. Strauss. Vogel. Strauss. Nashorn. Komm, du bleib stecken. Komm. Ja. Boom. Hahaha. Blödes Tier. Ist wieder alles? Ich bezweifle. Ich stelle schon mal ein bisschen Stahl her. Ich bin mal so frech. Das ist doch ein Nashorn. Jetzt macht es richtig Spaß, die Nashorn noch zu pinnen. Okay. Vor allem, wenn sie mir hinterher rennt. So schön, wenn es mal funktioniert. Ja, ich hab's. Jawoll. Viertel Leben. Juhu. Du, aber ich glaub, die sind doch leichter jetzt. Naja, das sind ja auch keine Schwarzen. Nee. Und ich hab ja extra die Schwierigkeit runtergestillt. Da wird mir nicht ganz so schlecht dastehen. Nein, natürlich nicht. Ich glaub, ich hab schon wieder nen ganzen Streichel zu am Arsch. Ja. NICHT. Hab ich. Sie mögen dich einfach. Ja. Ja. Ich sammle doch hier nur Blümchen. Was wollt ihr denn von mir? Dein Blümchen. Ich hab die ganze Zeit noch keine Blume gesehen. Ich sammel die auch weg. Wenn du mir hinterher läufst, wirst du auch keine sehen. Nein. So geht's auch. Äh. Bin zu Hause. Dann lauf ich halt wieder zurück. Bin zu Hause und nach mir die Sintflut. So, was hab ich denn neunmal Gelber Lotus? Was muss ich nochmal drücken, dass man irgendwas hoch oder runter machen kann? Shift und Mausrad. Was nochmal? Shift und das Mausrad. Nee, geht hier bei dem Ding nicht. Ach, ist so doof. Setzt denn das so niedrig? Was denn? Setzt hier friedlich. Ich will hier so eine Markise setzen, aber irgendwie setzt er die ziemlich niedrig. Eine Markise. Die wirst du halt nur so hoch setzen können, wie es auch geht. Ja, oben auf dem Dach. Also hier auf dem... Ich hab die Decken. Und dann setzt er mir nicht höher. Ich stufe auf mich stehen. Ich hab' Hose. Oh! Ich hab' schon lange. So Walad, wenn du wieder einen Bogen hast, da drinnen sind dann Giftteile. Ich erstelle jetzt grad welche... ja. Und der braucht noch viele Äste. Ich hab' noch vier. Was? Äste? Äste. Der hat sie mal. So. Aber Walad, den Bogen musst du mir dann reparieren. Das kann ich noch nicht. Den Bogen? Hm. Weiß ich gar nicht, ob ich den reparieren kann. Wenn du ihn erlernt hast, kannst du das reparieren. Okay, dann... Das ist die Frage, ob er ihn erlernt hat, weil wir haben ihn in letzter Zeit so viel Bögen gelootet. Ach so. Ja, das kann ich ja auch sein, deswegen müssen wir mal probieren. Das ist doch ikanisch, ey. Wir haben da drüben in der Stadt ja so viel Bögen geschenkt bekommen. Ähm, ja, genau. Ja, ja, die Stadt ist gut. Ich gucke... Irgendwie hab' ich ihn da. Ähm... Nee, ich kann ihn nur ablegen oder Info. Oh, okay. Dann muss ich noch warten, bis ich ihn erlernen kann. So. Dann schmeiß' ich ihn wieder hin, ne? Mhm. Wie funktioniert denn das mit dem Tränkchen hier? Benutzen? Ach nee. Der setzt mir meine Handwerkstalente auch zurück. Ja, ja, alles. Oh, ist ja beknackt. Ich geb' dir den guten Rat. Du brauchst bei diesen... Esu... 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 Ja. Alter, zum Zielen brauchst du nicht wirklich viel. Es reichen fünf, maximal zehn. Gut, also fünf. So, äh, wie skill ich denn am sinnvollsten? Viel in Vitalität, dass ich ein bisschen länger lebe? Stärke ist am wichtigsten. Vitalität ist am wichtigsten. Grid und... Eben... Gewicht. Grid... Grid... Stamina Pool. So, mach' ich auch mal... Oh, cool, ich kann das Langschwert, dann kann ich das Langschwert selber reparieren. Ich seh' Und den Bogen. Cool. Gewicht. Das geht, ich kann mich selber reparieren. Hab' ich da irgendwas vergessen zu... zu skillen beim Bogen, oder was? Hast du den normalen Bogen erlernt? Ähm, ich muss ja erstmal reingucken. Also, Zimmermann und Bogenschütze? Ich muss da mal gucken. Hat... Bei Vietz... Zimmermann... Ach, das ist der außergewöhnliche hyrkanische Bogen. Ja, den haben wir gefunden. Ja. Den kannst du nur in deinem Zimmermannstisch machen. Ach so, den haben wir ja gefunden. Also, ich hab' Bogenschütze, hab' ich. Grün. Alles außergewöhnliche haben wir irgendwo gelootet. Alles, was Bogen hat. Ja, vorhin kannst du im Zimmermannstisch reparieren. Also, alter Bogen. Aber ich glaube auch nur, wenn wir diesen Stufe 3 Sklaven haben, aber den haben wir ja mitgenommen. Genau. Den, den... Egal, ich kann mir den jetzt herstellen. Den hyrkanischen Bogen. Ich seh' alles nicht so wild. Und was gibt's noch für einen Bogen? So, auf 20... Den alten Bogen gibt's noch. Den was? Den alten Bogen. Ja, den musst du ja vorher lernen. Das ist ja oben weiter. Also, den... Ne, ich glaub' das ist der hyrkanische. Der alte Bogen, den hatte ich schon. Aber den hyrkanischen, den hab' ich gerade eben erst. Hyrkanischen... Hyr... Hyrkanischen... Hyrkanischer. Was war jetzt noch? Zwirren. Ist das ne Standard... ein Standard-Ding, was man jetzt gelernt hat? Ich bin Koch-Spezialist, äh... 9. Nein, das ist durch die Köche. 5. In den Feeds. In den Feeds. Gibt's nur noch die gehärteten Stahlfeile. Aber die brauchen wir noch nicht, ne? Weil wir das irgendwann mal den Koch hatten. Mhm. Mhm. Ah, okay. Soll ich das restliche exotische Fleisch hin tun? Pff, wenn voll, dann voll. Keiner. Und dann schmeiß' ich raus. Dürren. 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 Was brauchen wir denn noch alles? Gärbe, Feuerschale, Schwert. das öl hatte ich gerade in der presse hergestellt und dann verbrennen wir das zeug einfach nur oder kann man noch was sinnvolles damit machen ja für die waffen na stimmt es gibt jetzt dieses upgrade zeugs sehr geil hauptsache ein bogen aber diese koch spezialist ist neu das hatte ich vorher auch nicht das habe ich jetzt auch ja das ist ja das ist neu das ist auch noch nicht lange bleibt eigenen fänger stahlbogen bogen bogen naht kann ich jetzt auch herstellen diese hier glaube ich nicht diese schlachte weil das haben auch noch nie hergestellt fällt mir gerade auf gut brauchen wir nicht wir haben genug fleisch müssten wir haben können wir wieder herstellen eisenverstärkungen weiß ich nicht glaubt gerade nicht aber wir müssen ja noch drin in der dingsbums bank welche haben dann mache ich mal ein ich habe feuermacher gelernt ich kann feuer machen muss erstmal noch schnell samorianische armor ist auch neu kenne ich auch noch nicht strahlbaren haben wir gar keine strahlbaren mehr deswegen war mir jetzt gerade unterwegs und haben schwäfel besorgt weil mein dreizack hier oder wie man das ding da nennt ist er hin ich habe gerade am pack ich muss mir noch kurz verlogen ok ja überall wo ich hineingehe funktioniert es auf einmal nicht ach warst du im großen sklavenrad wieso habt ihr nur ihr das problem ich hab das auf den server nicht wo ich spiele irgendwie unsere großen sklavenräder egal wo die wenn du da rein guckst geht es nicht mehr ich mach das nicht mehr ich sag mich aber warum ich sag ja auf unserem server ist das nicht so ja waren den sklaven fertig wenn du schon mal reingehst also ne jetzt wird das ganz große stehen ich habe ja nur die mittleren räder stehen ach so ne ganz groß in den kleinen und in der mittleren geht es auch interessant ich weiß nicht woran das liegt naja waren den sklaven fertig als du reingeguckt hattest oder die ersten zwei köche sind fast fertig also brauche ich nicht reingucken und irgendwas rausnehmen gut bei mir stehst du auch gerade hier oben auf dem dach da war ich noch gar nicht ich wollte noch mal tröten weil es nicht lang ist jetzt geht es wieder ich wollte noch mal tröten tröten und bei mir stehen komischerweise in der base überall bäume das ist lustiges bild holz für alle wenn es da wäre ja das ist wirklich da oder nicht ne das ist nicht da bei mir steht da stahl falls du das warst mit dem stahlfeuer kannst du in die linke forge immer reinpacken habe ich schon mitbekommen habe ich auch gemacht ne jetzt war es in der rechten das war ich nicht wer hat da wieder eine links rechts schwäche enttel nein soll ich den 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 herd hier hinstellen an die andere exe das war doch ich jack ja mach wie du willst kann ich doch woanders hinstellen sag doch einfach was ja mach doch ich werde nachher da sind noch immer bäume vor mir stehen bäume überall wo denn vor mir nein da hatte ich den ein einmal auch wie ich gespawnt bin nein da hatte ich hier überall bäume stehen sind die dann mit der zeit weg gegangen die sind dann nach der zeit weg gegangen okay dann gehe ich nochmal äste holen dass ich noch pfeile herstelle so pfeile 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 und zwei mitra kreuzer sind hier auch noch drin da falls eben falls das ist witzig ich kann grad nix abbauen egal wo ich dagegen schlag und zwei trinkschläuche hm steht schon vielleicht mein fett ich weiß es nicht versuchs mal mit klettern warum kann ich den makellosen hürrikanischen bogen nicht bauen weil ich hürrikanischer bogen nicht kann aha aha ne ich kann auch immer nix abbauen was willst du denn da abbauen ist ja doch nix hürrikanischer bogen nicht hürrikanischer bogen nicht wo willst du denn noch was abbauen da stehen doch bäume vor mir nein zockmann ich kann ja durchlaufen hürrikanischer bogen nicht das ist kein Wunder was du nichts abbauen kannst ich mach nochmal mal statt oder schnell los mit jetzt dann sterbe ich einmal schnell nö reicht sterben ist doch nicht gut das ist egal du machst ja gar nichts ich sterbe eh noch in der B wenn du zuhause stirbst ja dann ist es ja nicht so schlimm diese schlangenpfeile sind das die pfeile die du da herstellen kannst so ist es ich hab da gerade 80 stück gefunden ich weiß nicht ob ich für einen wallert noch einen dann wallert möchte doch keinen bogen doch doch will ich einen aber ich bin halt so in dem sind es eh für alle hier sind auch noch solche ich hab ja jetzt hier nur diese diese stahlpfeile quatsch eisenpfeile eisenpfeile hier sind noch 100 feuersteinpfeile und hier mitra kreuze und seetisches opfermesser zeugs drin wenn gehören das was achtung da 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 wen gehörten dort ja diese mitra kreuze hören wir dann räum deinen scheiß auf ja die nehme ich da aber die sind beide so ein bisschen nicht ganz mehr heile da ist auch die spitzhacke drin die kaputte jaja was denn nichts ja wir haben keinen stahl weil natürlich kann doch nichts reparieren ich packe das da wieder rein 15 stahlpfeile habe ich oh yay ich hab gleich mein bett juhu feuersteinpfeile sind die besser als diese eisenpfeile ich bezweifle es irgendwie musst du mal gucken auf schaden gesundheitsschaden 16 und die eisenpfeile 23 oder blöd ich werde noch schneller was denn wo ist das so so mir ja also die bäume sind noch immer da ach nö so ich hab mal mein bett angesprochen und jetzt geh ich mal sterben achso geht ja nicht mehr jo der wird hilflich sein Armband entfernen ja ich bin mir sicher dass ich stehren will die lache ist ja umgefallen wo ist denn mein mein hatte ich nicht hier auch so ein jokmesser ach ach guten tag die wieder da und die bäume auch ah wo sind die bäume die 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 was du nicht siehst nicht nicht was egal was du nimmst nimm weniger nimm weniger nimm weniger also ich sehe hier keinen baum drinnen ja tu nicht, dich schon das sind meine Bäume ach Mist gut okay das heißt ich muss wirklich doch mal relocken hm na gut na gut ne guck mal da nicht nein nein ach schon fallet aus ne ein einmal darf ich ja darf ich einmal Leichenstarre hat schon eingesetzt ja komm ich brauche ich brauche ich brauche haben wir noch irgendwo was denn ein Knochen ich hab dir welchen in den Dämpel geschmissen ja ich brauche noch einen ein Knochen leider nicht einen Knochen dann ja die lichten Kadaver ja wo kommt der denn her ach komisch kriegt man da Knochen raus nein das wäre mal eine Idee ja müssten wir mal probieren Moment da ist ja kein Zeug mehr drin in deinem Armband entfernten Leichen Körper ne ne kann man den abbauen ja also ich hab ihn schon gesegnet ich bekomm nix raus ne muss ich mal schnell draußen irgendein Tierchen töten ich komm und guck zu Wollt ihr dann was schönes machen? das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen ja was denn? das machen wir schon klar was denn? hier ist ein Tier ein Tier ich darf mir was schönes einfallen du lässt dir was schönes einfallen muss ich mal auf die Map gucken muss ich mal auf die Map gucken wir werden jetzt da keine Bannlager äh keine Bannlager soll ich jetzt da Lagerdörfer niederfallen ja unsere Nachbarn wollten wir noch ein bisschen ausräuchern mhm mhm ja bloß ich hab nicht mehr viel an da muss ich auch gut aufpassen mit Royal die sind doch zu stark für mich gut wo ist ein anderes Dorf was besser ist? hm ich hätte ja gern irgendwo ein Dorf wo ich mal einen Priester für mein Tempel finde aber da haben wir halt nirgendwo einen Sklaven oder hat äh ja na den Jogpriester du weißt jetzt eh schon du findest den ist ein Kannibalenlager ja aber wo haben wir da das? ja der steht genau am Tempel ja die sind wirklich nicht so schwer ja ich überleg nur wie wir das mit dem Sklavenrat dann machen ob wir da schnell eins vor dem Ding hinstellen gut dann müssen wir schnell eins produzieren und dann ziehen wir das nächste mal los ja gut ich kann halt einen Plan ja ja obwohl meine Base genau an der Hand des Schöpfers ist ja die ist ja nicht so weit weg ja na gut dann haben wir einen Plan ja 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 ja